Umweltschutz, Innovation und Teamgeist sind die wichtigsten Markenzeichen von HPF Biokraft. Das Unternehmen mit Sitz im ostösterreichischen Fähring sammelt Altspeiseöl und verarbeitet es zu Biodiesel. Gemeinden und Gastronomiebetriebe aus ganz Österreich zählen auf den Service und das Know-how des Vorzeigebetriebs. Die Fette werden in eigens dafür bereitgestellten Behältern gesammelt und regelmäßig abgeholt. Das versierte Team verarbeitet sie anschließend in speziellen Biodieselanlagen zu Treibstoff, der an umliegende Speditionen und Landwirte abgegeben wird. Biodiesel aus Abfallstoffen ist eine echte Alternative zu Diesel aus Agrarprodukten, da kein industrieller Anbau notwendig ist und somit Flora und Fauna nachhaltig geschützt werden. Laufende Kontrollen garantieren höchste Qualität in allen Arbeitsschritten. Dafür steht Geschäftsführer Kurt Hirtl mit seinem Namen. HPF Biokraft – der Umwelt verpflichtet.